Und damit herzlich willkommen zu einer Folge von Clancy's Rainbow Six Siege hier auf diesem Kanal. Ich bin heute mit der Küste und ich würde sagen, los geht's. Jetzt ist es cool. Jetzt haben sie endlich mal was Gutes gemacht an dem Charakter. Das hätten die schon vor fünf Seasons bringen sollen. Jetzt ist es gut. Danke schön. Danke. Danke, die Beschäftigung. Wir haben außerdem Thatcher, Yana, Sophia und die liebe Thienkai im Team. Und ich habe gerade gesehen, das war Bandits, Kapkan, Kaviera, und Mew, war das Mew, oder war das? Oh, okay. Da. So, noch. Ich blitze mich einfach hier. Einer schon tot. Okay, das ging schnell. So wie es aussieht, war das... Entweder Oryx oder Läsion, ich schätze, ich habe mal Läsion. Okay, da sind welche, ich weiß nicht, ich habe mal... Ich gehe von der anderen Seite an. Ich hole ihn mir jetzt von der anderen Seite. Nein! Einfach weg. Okay. Jetzt müssen wir uns wieder hier in den Sleisen. Okay, wir müssen los. Wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Zwei gegen drei. Oh. Bavera. Bye-bye. So, dann gehen wir mal von der... Da sind keine Fallen. Da ist er, man kann fahren. Ah, komm. Ich glaube, man kann hier jetzt auch Fallen an beiden Seiten anbringen. Also an beiden Seiten von der Tür, an mehrere an der Tür. Oh, das hat wir getan. Okay, das ist Smoke, Smoke. Ich stelle mal eine Klima auf. Da komm. Da komm, da komm, da komm. Den kriegen wir. Den kriegen wir, alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, mein Gott. Oh, hallelujah. Halleluja. 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 Okay. Sehr gut, dass ich ihn da durch das Holz getroffen habe. Der hätte mich nur einmal treffen müssen, ich wäre tot gewesen. Tot. Find the Biohazard Container Location. Find the Biohazard Container Location. Mal wieder. So, dann fahren wir. Okay. Nevermind. Wir haben ihn gefunden. Jetzt haben wir wieder Smoke, Mute. Hier wieder IQ. Wir haben Thatcher. Ja, ne wieder. Wir haben dieses Mal Fuse. und Thermite und die haben Rook und Kapkan und wir haben halt Dronen verloren. Biohazard Container Located, Proceed to its Location. Jawohl. Dann wollen wir mal. Der letzte hat aber immer noch nicht identifiziert. So, dann machen wir mal. Okay, da ist wieder ein Ding. Okay, der ist weg. Activating Repetitor. Na, komm. Here we go. Wollen wir noch irgendwas? Nee. Dann würde ich sagen, rücken wir doch mal vor. Da ist da ganz sicher einer auf der linken Seite. Zack. Ich habe gar nichts tot. Gloss, der hat die Schale, die sind die Bräufe. Das war Smoke, glaube ich. Muss ja Smoke gewesen sein. Hallo. Keine. Ich weiß nicht, ob er das ein Weckerland ist. Na, komm. Psst, zeig dich. Zeig dich. Oh, Peter nicht. Okay. Können wir auch machen. Ist auch okay. Dann nehmen wir es halt einfach kurz ein. Das war Jäger. Jäger war der letzte. Nice. Ja, okay. Dann, äh, Seidenwechsel. Läuft ja ganz gut heute. Ohne Probleme. Ich habe den lieben Bandit ausgerüstet und Bandits. Mein neicester Skin hier. Äh, wir haben außerdem Doc. Doc und Thunderbird, okay. Wir haben ein Healer-Team. Außerdem auch noch, äh, Clash und Frost. Ich glaube, äh, Clash, weil da dieses so ein bisschen was Wunder ist. Dann machen wir hier mal dicht. Manchmal kommen die hier durch die Wand rein. Eher selten, aber manchmal auch schon. Machen wir einfach dazu. Sind ja genau vier Stück. So. Gucken wir mal, wobei der die hat. Der zieht die immer so aus dem Nichts. So fette Autopäne drin. Und, da ist noch eine Drohne. Tschüss. Oh, okay. Wir haben eine liebe Kelly. Der kommt von der anderen Seite, oder? Naja. Okay. Ich kann dich auch nicht bleiben. Das ist das Problem. Und da, auch nicht. Hä? Wo kommen die? Die müssen über mir reinkommen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Wo kommen die von da hinten? Nein, nein, nein. Okay. Ja, okay. Was ist denn das für eine Claymore? Was war das denn? Was war das denn? Okay. Okay. Clay, was sieht die Claymore halt? Oder was, weil jeder sie sehen kann. Das ist auch okay. Aber vielen Dank. Okay, der ist tot. Ist Kelly schon tot? Da ist der Q. Was zum... Hä? Okay. Okay. Seltsame. Seltsame ist das Gegnerteam hier gerade. Komplett lost. Da ist Kelly. Okay. Sehr schön. Letzter. Letzter Gegner. Letzter Gegner. Ich glaube mal hier hinter dem Schild. Ist da jemand? Nein? Okay. Was? Da ist jemand. Warum läuft die einfach dran vorbei? Schau dich das an. Man hat es einfach gestrungen. Ja, nice. Gewonnen. Und ich bin Erster. Dann würde ich sagen, was ist für heute? Wenn es dir gefallen hat, bitte ich mich natürlich über den Daumen hoch und unten in den Kommentaren. Aber natürlich auch. Und wenn ihr es weiter erzählt, würde es mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, bis zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege hier auf diesem Kanal. Wie viele Kills haben wir? Wie viele Kills haben wir? Wie viele Kills haben wir? Nice. Bis dann.